...wieder schlafen kann. Miyo Tango mit Level 1 ist schon auch eine Herausforderung. Klasse 1 Er ist nicht zu füllen, sondern wir können eine Spannung abgeben. Er ist nicht zu füllen, sondern wir können noch zu füllen. Klasse 2 Klasse 2 Klasse 4 Klasse 4 Nicht angreifen Genau deswegen Nicht angreifen Nicht angreifen Wow das war ein Massaker Das war No Damage mit Level 1 Geile Sache Leute Das war definitiv No Damage In den tiefen Ebenen 2 Ohne Kodama Coole Sache Ja Vielen Dank.